Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu, äh, Moment, 3, 3, 3, zu Sword, har har, genau, ja, Entschuldigung, ich bin gerade etwas noch in Aufregung, schwierig, äh, Heiltrank, 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 und weg da, und falsche Taste, und überhaupt, und so, jetzt kann's weitergehen, oh, man, 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 den hab ich noch nicht auf dem Plan gehabt, den jungen Mann. Der sieht mir auch schneller aus und stärker, nee, jetzt ehrlich, der macht wirklich einen stärkeren Eindruck, und ich treff den gerade schlechter, oh, das ist ja der, naja, ihr habt ja die letzte Folge wahrscheinlich gesehen und wisst, warum ich gerade so hektisch drauf bin, schwierig, Welt, das wirst du doch wohl schaffen, du könntest auch mal speichern zwischendurch, oh, der hat jetzt nicht mal Moos an sich gehabt, sowas, ich speichere jetzt wirklich mal, Schwierig, uh, so, okay, dann nehmen wir noch diese Statuen mit, die eigentlich tun die mir ja ein bisschen leid, ne, die beschützen hier nur ihre Heiligtümer, und ich komme hier als blöder Tourist an und mache alles kaputt. Ne, die beiden greife ich nicht an. Es mögen ja vielleicht ein paar von euch albern finden, aber die beiden greife ich nicht an. Guckt euch die an. Sind die nicht süß? Die stehen da, die tanzen miteinander. Die werde ich nicht angreifen. Und da werde ich auch nicht in die Nähe gehen. Ich möchte nur versuchen, ein tolles Foto von denen zu machen. Aber da, die greife ich nicht an. Auf gar keinen Fall werde ich das tun. Ich treffe woanders nochmal, werde ich hier wieder. So, ich mache hier schon mal ein Foto. Also, die werde ich nicht angreifen. Auf gar keinen Fall. Habe ich mich gerade für entschieden. Könnt ihr albern finden? Ich weiß, also, ich weiß, dass ein paar von euch das nicht albern finden werden. Die werden nicht, die werden nachvollziehen können, warum ich das mache. Aber kann ja jeder anders drüber denken. Ich habe ja auch Fluffy, ähm, also gut, der war nicht da. Ja, aber das fand ich auch gut, dass der nicht da war. Aber den hier, den können wir nehmen. Der tanzt ja mit niemandem. Das ist wieder okay. Aber die zwei da, das geht nicht. Das kann ich nicht, das bringe ich nicht übers Herz. So. Die haben ja eigentlich auch nichts getan hier, die Jungs. Eigentlich machen sie wahrscheinlich nur ihren Job. Man stelle sich mal vor, man ist auf den Osterinseln und plötzlich gucken dich diese Statuen an und drehen ihren Kopf. Das wird aber auch anders werden. Vor allem, wenn sie da noch mit Stein werfen. Ach, okay, Moment. Da habe ich den Dolch nicht schon. Wenn wir erstmal einsacken und dann nochmal gucken, ob man den nicht schon hat. Doch, ich hatte doch diesen Zeremonien-Dolch. Habe ich den verkickt? Nee, da. Okay, dann habe ich jetzt zwei davon. Da hat er den glatten Dolch dabei. Die Statue da oben würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Ich hoffe nur, dass mich die beiden dann nicht angreifen. Die Statue möchte ich ganz gerne versuchen mitzunehmen. Vielleicht, wenn ich mich ranschleiche. Drückt mir mal die Daumen. Und die würde ich ganz gerne haben. Aber ohne den Besuch da. Hat doch geklappt. Alles super. Hat doch alles super funktioniert. Tanzen sie denn immer noch? So, gucken wir mal eben. Ja, sie tanzen immer noch. Ach, ist das süß. Ich finde das knuffig. Das hat was. Nee, komm. Hier nochmal ein Foto ohne Knüppel. So, da müsste man eigentlich ein animiertes Gif von machen. Das sieht man ja nicht, dass sie tanzen sonst auf dem Standbild. Aber ihr habt es ja im Video gesehen. Und Leute, die hier haben diese Thumbnail-Geier, die dann wirklich nur nach Bildern gucken und gar nicht nach Videos. Ja, die haben dann halt Pech. Ja, Thumbnail-Touristen. Gibt es sowas eigentlich? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal auf Schilf. Und dann lesen wir uns mal durch, was wir da überhaupt so bekommen haben. Alles. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr. Wollen wir die jetzt unbedingt weiter abklappern? Nee, ne? Ach komm, wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt. Und ich würde so sagen, da können wir erstmal mit zufrieden sein. Letzte Folge waren wir auch schon auf dieser Insel. Lassen wir es dabei mal gut sein. So wie es aussieht, ist mein großes Schiff sowieso auf irgendwas aufgelaufen. Okay, hier ist auch flaches Wasser. Hier sind wirklich viele Sandbänke. Kann ich gar nicht, ich kann das Boot gar nicht setzen. Ah, doch, jetzt. Na, na, na. Äh, ich hab's doch gesetzt, oder nicht? Irgendwas ist hier buggy, oder? Bidde ich mir das ein. Können wir mal an Land? Oder so? Wäre ganz reizend. Ich möchte doch nur mal ein Schiff setzen hier. Das muss doch gehen. Das ging nach sonst auch immer. Ja, okay, alles klar. So, das funktioniert. Moment, wo wollen wir weiter hin? Wir wollten ganz stark, wir wollten einfach stumpf nach Norden, ne? Achso, das ist Nord. Ähm, Norden, Osten. Ne, da will ich nicht hin. Da gehen wir hin. Auf die könnte man auch. Da sind Piraten. Das kann, das erkenne ich auf die Entfernung schon, dass da Kämpfer ja sind. Dann nehmen wir, ach, wir haben hier so viele Inseln. Moment, ich drehe erstmal bei. Erstmal hier. Erstmal die Navigation. Und dann gucken wir mal, was da drin war. Und was wir mit diesem Moos wohl machen. Da bin ich mal gespannt. Okay, wir haben einmal diese Rieseninsel hier vorne. Die ist im Süden. Und dann haben wir dieses kleine, attraktive Island. Norden, Westen. Genau. Okay. Dann gehen wir da mal rauf. Auf die kleine da. Da könnte natürlich auch sowas wie, weiß nicht, keine Ahnung. So typische Händlergröße, ne? Würde ich sagen. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich war hier wirklich noch nicht. Deshalb kann ich auch gar nicht spoilern. So, was haben wir denn hier? Wir haben das Ancient Moos. A type of a plant that is only found growing on ancient stone. You can apply this for yourself to blend and better with yourself our fingers. Ach. Okay. Das ist eine Pflanzenart, die ausschließlich auf alten Steinen, auf altertümlichen Steinen wächst. Und ich kann diese Pflanze auf mir selbst anwenden. Also mich damit wohl einreiben oder so. Damit ich besser mit der Umgebung verschmelze. Verstehe da genau. Ja. Better blend. Ja, doch auch verschmelzen. Also. Ja. Doch. Würde ich so sagen. Ja. Das ist ja nett. Hups. Das ist schwierig, dass die gerade mal eben einfach so verschwunden ist. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre auf der Insel irgendwie großartig etwas. Oder das. Aber. Ich finde, darauf gucken müssen wir schon mal eben kurz. Sicher ist sicher Man weiß es ja nie Dann lass uns das mal eben machen Dann mach ich hier gleich nochmal eben Mein neues Campfire Da vorne sind auf alle Fälle noch Piraten Dann können wir eigentlich mal Vom Weiten gleich Wir warten nochmal eben bis es dunkel ist Und dann können wir das ja auch sehen Ob noch irgendwo Campfire bringen Das finde ich eine Wird da wohl noch bis an Land kommen So Haben wir hier unseren Leuchtende Schwert plus Lampe Sehr schön Den nehme ich auch nochmal mit den Stein hier Eigentlich die Pickaxe packe Ich glaube ich würde gleich mal ins Boot Wenn ich wieder zurück bin Die brauche ich ja nicht mehr wirklich Da habe ich ja eigentlich keine Verbindung mehr für Na Hirsch So Und was haben wir hier noch bekommen Achso das ist hier einsortiert Weil ich es wirklich direkt auf mich anwenden kann Und das andere ist beim Crafting Material Also dieser Stein wurde einmal Ursprünglich mal dazu verwendet Mächtige Strukturen Einer langverscholten Zivilisation Zu bauen Okay Und das ist eben das Metall Dieser langverlorenen Zivilisation Und ich hatte doch aber noch etwas draus bekommen Ach hier Hier müsste ich einen von haben Diesen spitzen Stein Da Das ist ein Schleifstein Smooth Weiß ich gar nicht wie ich das in dem Zusammenhang übersetze Ein sanfter Stein Ein glatter Stein Okay Der benutzt wird um Die Waffen zu schärfen So Und dieser Effekt Hält so lange an Bis man stirbt Oder das Spiel beendet Ja Jetzt frage ich mich Ob sich der Stein dann aufbraucht Das wäre dann natürlich schade Okay Ancient Stone Block Mit dem kann ich nichts craften Auch nicht mit dem Metall zusammen Ach wirklich nicht Mit dem Irony Door nicht Mit dem normalen nicht Mit normalem Holz auch nicht Könnte es denn sein Dass hier drei Sachen Es gibt auch Rezepte mit mehr Okay Mal gucken Ob man damit irgendwas craften kann Bin ich jetzt gerade überfragt Ich wusste bis eben nicht mal Dass es dieses Material im Spiel gibt Das ist mir komplett neu Das habe ich auch noch nicht Das habe ich auch noch in keinem Wiki Oder so gesehen Insofern Müssen wir dann mal gucken Was wir damit einstellen können Und ob wir damit schon was einstellen können Oder nicht Jetzt kann ja sein Das kann ja sein Dass da noch kein Rezept für nah ist Oder Wir suchen auf alle Fälle Was bin ich froh Dass ich gerade keinen Hirsch mehr brauche Ach pass mal auf Wir benutzen unsere neue Kapuze Wo ist sie denn Wo habe ich die denn Ich finde sie gerade nicht mehr Da ist sie Super Ich werde mich jetzt Für den Hirsch zum Test Nicht einfach mit dem anderen Mit diesem Monster einreiben Das werde ich nicht tun Ja gut Ich habe ja auch nicht Bin ja auch nicht geschlichen jetzt Ne Am Sneaken war ich nicht Ich müsste ja sneaken Um da was zu erreichen Okay Da vorne sind definitiv Campfire Ich muss vom nächsten Fetten Piraten Unbedingt mir nochmal Die andere Rüstung anlegen Das sieht nicht so aus Als wäre in der Campfire drauf Das ist wahrscheinlich Einfach nur ein Riesengebirge Reizt mich jetzt gerade nicht so Kann natürlich auch Obwohl auf solchen Dingern Habe ich auch schon Piraten gesehen Ja Ja Auf sowas habe ich auch schon Piraten gesehen Da wäre jetzt mein Vorschlag Kein Feier machen Ich habe doch noch eins gehabt Genau So Bis zum Sonnenaufgang Et voilà Und dann gehen wir jetzt da mal eben rüber Und gucken Da mal Also wir gehen nicht auf die Insel Aber wir fahren da mal entlang Einfach nur Was liegt denn da Schwierig Also die ist gesetzt Das Flache da hinten Das Flache da hinten Wird wahrscheinlich noch höher Da täuscht vielleicht nur die Optik Und das Ding möchte ich mir Moment Wo waren wir denn da 16 West 9 North Ja 9 North Ja 9 North Sag ich mal 16 West 9 North Einfach nur eine Island Nee Delete Waypoint Island Genau Ich werde dann vorbeifahren Um zu gucken Ob hier Vielleicht Bäume gefällt sind Und ich muss da sonst auch nicht unbedingt drauf Wenn hier nichts interessantes zu sehen ist Man muss ja nicht jede Insel besuchen Zu Fuß Ressourcen brauche ich momentan nicht Da habe ich reichlich würde ich sagen Ja ich fahre erstmal ein bisschen in die Richtung Und dann können wir einmal ausholen Obwohl es ist an der Stelle egal Weil Nee Können wir noch näher ran Ich erstmal eben schnell was So jetzt drehen wir mal bei Entweder ist dann Also wenn da ein Händler drauf Müsste irgendwie eine Flagge stehen Und wenn da Ach Ja Eine Säule Das sind Nochmal Moment 16 West 7 North Bin ich jetzt doof? Ist das die Insel von der ich eben komme? Oder ist das Nee Das ist doch eine andere Die sind hier so nah beieinander Die die Planquadraten sind 16 West 6 North Nein Das muss eine andere Insel sein Oh Oh Mein Schiff kentert Nee nee Das ist eine andere Auf der Das ist die nicht Nee Aber hier sind auch nochmal Puh Schwierig Gut Dann Ich würde sagen Jetzt einfach weiterfahren Ist auch doof Das gucken wir uns jetzt an Was hier zu holen ist Ich nehme schon mal die Axt in die Hand Ja die Pickaxe Vielleicht gibt es hier ja ein Altar Dann können wir da gleich mal versuchen Die Steine drauf zu setzen Und sonst gibt es hier vielleicht noch mehr von diesen Von den Jungs Wenn da nicht gerade wieder welche am Tanzen sind Ja da hinten ist einer Da ist ein kleiner Und da ist halt eine große Statue Okay Dann gehen wir da doch mal hin Nee Sonst Ist hier auch gerade keiner Nee Das ist eine neue Insel Die hat ja mal eine ungewöhnliche Formation hier Ja hört gar nicht auf Da habe ich ja zwei ähnliche Screenshots Oder drei ähnliche Screenshots Das ist dann auch schwierig Muss ich sagen Okay Er hat mich bemerkt Ja ich weiß gar nicht was mir mehr weh tut Der Stein oder die Kopfnuss Die der immer verteilt Ich habe mir mal einen Verband genommen Oh mir fehlt meine Meine Hier Dies Oh Ein Ancient Petrified Heart Das brauche ich Petrified ist versteinert Das ist ein versteinertes Herz Und das Herz Ich dachte mir doch Dass ich mal irgendwie gehört habe Dass ich in diesem Altar ein Herz legen muss Genau Okay Mit diesem Herz können wir dann Mal Was mit dem Diesem Schreien machen Ich finde das manchmal schwierig Man geht einen Schritt Und man hört drei von sich selber Also Danach noch nachheilen Denn ich dachte eben Da lehrt schon wieder irgendwas auf mich zu Hm Okay Ja dann Wird es jetzt wohl noch mal Ein zwei Folgen mit Mit altertümlichen Uinen geben Weil Hm Mal gucken Ich müsste mir mal ein paar alte Folgen angucken Auf welcher jetzt genau nochmal ein Schrein war Ich habe hier ein paar eingezeichnet in der Map Die finde ich auch alle wieder Das ist kein Problem Aber Ich wäre jetzt wirklich überfragt Wenn man mich fragt Ob welcher von der war So ein Schrein Hm Also nicht diese Alt Nicht der Altar Den man Ich muss mal einen Verband nehmen Nicht der Altar Den man Oh schwierig Oh schwierig Jo jetzt muss ich aber mal weg hier Aber mit zwei von denen Wollte ich mich nicht anlegen Nicht unbedingt Ne Da laufen sie auch wieder weg Gut Und wenn ich mal so auf die Uhrzeit gucke Dann würde ich auch sagen Machen wir das nochmal in der nächsten Folge weiter Oder ich weiß nicht Keine Ahnung Mal gucken Soll ich die alleine machen Wir werden das jetzt uns noch ein bisschen Also ein zwei Statuen sind hier noch Und die würde ich natürlich auch gerne mitnehmen Könnt ihr euch ja vorstellen Na komm Na komm Na komm Ich kann meinen Verband gerade nicht mehr nehmen Das ist schwierig Wow Okay Hab ich keine Verbände mehr Hab ich die schon alle verbraucht Was Das sieht so aus Nicht schlecht Ich hab alle Verbände verbraucht Okay Also wie gesagt Die Statue da hinten würde ich ganz gerne noch mitnehmen Und die Statue Die Die hier oben auf dem Berg steht Ich weiß nämlich noch nicht Was ich mit diesen Sachen machen kann Und vielleicht kann man daraus ja irgendwas Schönes machen Vielleicht kann man auch nichts draus machen Das ist auch möglich Also auf so der da hinten rennen wir jetzt nochmal eben gemeinsam hin Noch einen Reiltrank nehmen und Komm Komm da hab ich so viel von Sicherheitshalber für den Fall Dass gleich einer um die Ecke kommt Ah Ich schnell nochmal eben die Bandage Auf Hotkey legen Genau Und schon mal eine nehmen So die machen wir noch Und dann ist auch Jut für heute Ups Ups Ja Ja Und dann Wie gesagt Ich meinte nicht diesen Altar Wo man einfach was aufmachen kann Wo da vielleicht eine Eine Waffe drin ist Ihr merkt schon Ich komm mir zu nix Sondern Diesen Schrein Wo ich bisher überhaupt noch nichts mitmachen konnte Ah Mensch Hören aber auch gar nicht auf die Jungs Das ist schwierig Du musst wieder raufkommen Ich brauch dich Schnell nochmal ein Verband eingeworfen Der Hotkey Stehen bleiben ist ja fast besser was Für mich Uff So Dahinter ist nochmal so ein kleiner Also Interessant Dass ich jetzt plötzlich Moment Da war doch ein Wächter Oder war der das Ne Da steht noch einer Boah Das hört hier gar nicht auf Das werden immer mehr Und die hab ich vorher noch nie gesehen Wieso Kommen Kommen denn jetzt plötzlich die Wächter Auf diesen Inseln Ist das Zufall Oder Hab ich mal irgendwo was gelootet Dass die deshalb kommen Ich weiß es gar nicht Ich werde jetzt mein Floß rausholen Und werde mich draußen auf dem Wasser auslochen Und ihm mal zuwinken Von da Und dann mal speichern So Genau Ich gehe mal davon aus Dass ich dem mit Pfeil und Bogen Auch nichts anhaben kann Da würde ich mal schwer von ausgehen Aber mit denen Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet Dass hier auch nochmal so eine Insel ist Wirklich nicht Das sind ja sehr viele hier gerade Okay Das hat ja was So Dann mache ich da auch nochmal einen Screenshot von Und dann Soll es auch gut sein Okay Ich würde mich freuen Wenn ihr in der nächsten Folge da dabei seid Wir sehen uns dann Und Dann können wir auch Bestimmt mal an dem Schreien Irgendwas rausziehen In diesem Herzen Das wir haben Und da ich jetzt zwei von diesen Schleifsteinen habe Können wir die auch mal ausprobieren Ich denke mir mal Da werden ja noch einige An Sachen zusammen kommen Aber die Insel ist recht groß Und die werde ich wohl nochmal abklappern Okay Okay Ich speichern mal Wir sehen uns Bis dann Tschüss